Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der ADA-Analyse. Ja, ich habe gestern völlig vergessen. Ich habe ja gestern mit den Folgen gemeint, heute wären es nur vier. Aber es sind ja fünf, weil diese Woche fangen wir die Sonderformate an. Das habe ich echt verplant. Deswegen heute sind es fünf Folgen. Jetzt mache ich zuerst die ADA-Analyse, und dann später kommt noch eine abgehörte Folge von der Dinosaur Fossilhunter-Demo und die ganz normal langen Folgen von Stitchy und Reign of the Old Ones, von The Loft of the Rings Adventure Card Game und letztendlich von The Witcher 2 Assassin's of Kings. Ich habe das echt verplant. Irgendwie war ich noch auf Sonntag zeitlich. Aber gut, also heute habt ihr viel zum angucken. Und wir fangen, wie gesagt, mit der ADA-Analysen-Folge an. Letztes Mal hatten wir Elros, ist ja eine Weile her seit der letzten ADA-Analysen-Folge, den Bruder von Elrond, der jetzt, meine ich, nicht so lange ging. Das heutige Thema wird, zumindest für mich gefühlt, länger, als ich eigentlich gedacht hätte. Sagen wir es mal so. Ich weiß leider nicht mehr, was es noch für Wünsche zum Buchstaben E gab. Ich weiß, dass die Ends noch als Wunsch aufkamen, aber sonst nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Deswegen sehe ich das jetzt mal nicht so ernst. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn es noch einen anderen Wunsch gibt. Heute jedenfalls geht es um die Stadt Esgeroth. Also die Stadt, die ja doch im Haupt sehr wichtig ist. Und wie gesagt, ich habe gedacht, dass das ein recht kurzes Thema wäre. Aber überraschenderweise gibt es da doch einiges zu sagen, was wir hier natürlich uns anschauen. Also fangen wir ganz einfach an. Esgeroth wird auch Seestadt genannt. Im Original, also von Tolkien, heißt sie Legtown. Und vielleicht, möglicherweise, heißt Esgeroth, ist Esgeroth Sindarin und bedeutet Schilfseel. Ich sage das hier möglicherweise, weil, was das Sindarin angeht, das ist nicht ganz sicher. Da gibt es mehrere Übersetzungen, teilweise gar keine Übersetzungen. In einer Version zum Beispiel sagt Tolkien, Esgeroth ist gar nicht Sindarin. Ich stelle euch dazu was in die Videobeschreibung. Also, soweit ich weiß, ist Sindarin für Schilfseel, aber es ist halt nicht 100% richtig oder 100% bewiesen. Esgeroth liegt im südwestlichen Teil des Langensees, nahe der Mündung vom Waldfluss, in einer ruhigen Bucht. Dadurch ist es geschützt von dem doch sehr schnell fließenden Wasser vom Waldfluss selber, durch eine felsige Landzunge, die in der Region Rouvanion, auch in diesem Teil bekannt als Wilderland. Esgeroth liegt deswegen sehr günstig, weil in der Nähe ist auch noch der Fluss Island. Aber dazu komme ich später noch. Es ist die einzige Stadt, die durch Wasser geschützt wird. Andere Städte werden entweder geschützt durch Mauern oder wie zum Beispiel Zwergenstädte durch Berge. Aber Esgeroth ist die einzige Stadt bei Tolkien, die durch Wasser geschützt wird. Sie ist auf hölzernen Pfeilern erbaut, die man in den Seegrund getrieben hat. In einer Quelle habe ich gelesen, dass das Düsterwaltholz sein soll, also richtig altes, starkes Düsterwaltholz. Und sie war über den Landweg nur auf einer Holzbrücke zu erreichen. Also eine Holzbrücke, eine lange Holzbrücke war der einzige Zugang zum Land bzw. zur Stadt, weil die Stadt eben auf dem See liegt. Ich glaube, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Venedig. Und auf die Salzbrücke sind einige Hütten, einige Lagerhäuser, einige andere Gebäude. Und bei den anderen Gebäuden ist hier unter anderem auch eine Wachhütte, also einen kleinen Wachposten, der eben aufpasst. Erstens, wer die Stadt betritt und zweitens, wer sie verlässt. Also sowohl ein Schutz für die Besucher als auch für die Einwohner. Die Häuser von den Seestädtern, was unter anderem ein Name für den Bewohnern ist, also es sind Menschen. Die See, äh, Eskerot wird von Menschen gewohnt. Und da gibt es verschiedene Namen. Also es gibt halt den Namen Seestädter, es gibt den Namen Menschen vom See, es gibt den Namen, ähm... Menschen, Eskerot gibt es glaube ich auch, also da gibt es mehrere Namen. Auf jeden Fall, die Häuser von denen sind auf den Holzstegen oberhalb der Wasserfläche angebracht. Vor allem Wohnhäuser, äh, Vorratsspeicher und Läden. Also halt Kaufläden. Und in der Mitte des Ortes ist ein Marktplatz. In diesem Marktplatz gibt es auch ein Stück abgeschnittenes Wasser, eine Kreisfläche von ruhigem Wasser, das durch einen Tunnel mit dem langen See verbunden ist. Und um diesen Marktplatz sind eigentlich die Hauptgruppierungen von, ähm, Häusern. Da sind die Gruppierungen von den größeren Stadthäusern. Das herausragende davon ist die große Halle, die zum See hin zeigt und wo zum Beispiel der Stadtmeister mit den Stadtvätern seinen Sitz hat. Ähm, ich stelle euch dazu ein Bild, also einen Link zu einem Bild in die Videobeschreibung. Da gibt es eine Zeichnung von Eskerot, die ich sehr schön finde. Ähm, die auch inspiriert ist von eben den Zeichnungen von Tolkien und von Alan Lee, der ja auch nicht unbekannt ist. Und, äh, Tolkien-Fans. Ja, zu Zeiten von Thorin & Company ist die Seestadt, also es klingt wie ein Riesenort, aber es ist tatsächlich eher klein und dicht bebaut. Es, äh, missten nur gerade mal zwei Häuserblocks in einem Viereck. Dafür sind die Häuserblocks halt sehr dicht, das sind mehr, die meisten sind mehrstöckige Häuser und die Wege dazwischen sind halt sehr schmal aufgrund von Platzmangel. Ja, Eskerot, beziehungsweise Seestadt wurde von eben einem Meister regiert, beziehungsweise einem Stadtmeister, Bürgermeister und den Ratsheeren, den Stadtvätern. Der Meister wurde unter den Alten und Weisen der Stadt gewählt und war meistens ein Händler. Der Handel ist sehr wichtig für die Stadt. Ähm, interessanterweise kein Krieger. Es gab nie einen kriegerischen Meister. Bart ist da der Erste, aber das ist halt erst halt auch König und so. Da kommen wir später noch dazu. Also unter den ursprünglichen Bürgermeistern gab es nie einen Krieger. Das waren meistens Händler, manchmal auch ein bisschen andere, also halt weise Leute, aber keine Kriegerischen. Finde ich ganz interessant. Und der Stadtmeister konnte auch abgesetzt werden, zum Beispiel nach Fehlentscheidungen. Also den konnte man noch abwählen. Ja, ich habe schon gesagt, Eskerot ist eine Handelsstadt und zwar schon immer. Liegt, wie gesagt, sehr günstig verhandelt in alle Richtungen. Ähm, durch den Fluss Island, durch den See. Und ja, alle möglichen Produkte gingen dadurch zu frühen dritten Zeitalter. Äh, haben sie Handel getrieben mit Erebor und Tal. Natürlich mit den Elben und der Tranduil. Und auch mit Runen, also mit den Ostlingen teilweise. Zum Beispiel mit der Stadt Dominion, die liegt halt südlich vom Langen See. Wo genau die liegt, weiß man tatsächlich nicht. Ähm, deswegen ist Eskerot relativ reich. Äh, ein relativer gewisser Wohlstand. Es gab, das wird im Robot erwähnt, zu alten Zeiten nicht selten Gespräche, dass ganze Schiffsladungen voller Gold und Silber nach Eskerot kamen. Also natürlich früher, vor dem Drachenangriff. Ähm, und ja, auch die Händler sind deswegen natürlich relativ reich. Und die einfache Bevölkerung mag die Händler nicht unbedingt. Die nennen sie zum Beispiel nicht selten Geldsäcke. Was natürlich passend, aber nicht unbedingt schön ist. Ähm, ja, Eskerot, ähm, handelt vor allem über den Flussweg, beziehungsweise über den Seeweg. Die einzigen Probleme, was den Seeweg angeht, sind bei der südlichen Route, weil es da eben ganz viele Wasserfälle gibt, wo der Lange See den Fluss Island mündet oder geht. Ähm, deswegen war da zum Beispiel die Stelle, wo dann, äh, Waren auf dem Landweg auf Karren transportiert wurden. Und, ähm, ja, Eskerot hat nicht nur selber Waren gehandelt, sondern war auch Zwischenhändler für den Wein aus Dorvindian zum Beispiel. Also den Wein, den ihr Tramlio so gerne trinkt. Ähm, und ansonsten halt, wie gesagt, gerade Produkte von Erebor und Tal gingen damals allesamt durch Eskerot, wo halt die beiden noch standen, wo natürlich das Mal angegriffen hatte. Ähm, und hat halt auch damals sowohl das Waldlandreich als auch Erebor mit Nahrungsmitteln zum Beispiel versorgt. Ja, es hat dann eben, na, hier, ähm, war wie gesagt Zwischenhändler zum Beispiel für, äh, äh, eben den Wein aus Dorvindian und hat auch andere Waren geschickt in Fässern, gerade eben Richtung Waldlandreich, Butter zum Beispiel, Äpfel, andere Produkte, die landwirtschaftlich sind, also viele Früchte, ähm, Richtung Nordwesten. Und die leeren Fässer kamen dann über den Waldfluss zurück zur Seestadt. Natürlich hat Eskerot zwei Handelspartner verloren durch den Orgsangriff, 2770 durchs Zeitalter, galt aber trotzdem weiterhin als wohlhabend. Also, wie gesagt, Eskerot ist keine arme Stadt, gerade für ihre Größe nicht, äh, weil es einfach so sehr gut für den Handel liegt. Und Handel ist halt eben auch die Hauptinteresse der Stadt. Ähm, also es galt trotzdem als wohlhabend, auch wo dann Tal und Erebor gefallen waren. Wann Eskerot gegründet wurde, ist unbekannt. Und man weiß aber, dass es mal größer gewesen sein muss. Bei niedrigem Wasserstand, äh, hat man alte, vermutterte Pfähle gesehen in Unfernähe, von einer größeren Stadt. Ob diese ursprüngliche Stadt allerdings zerstört wurde, oder nur verfallen ist, weiß man ebenfalls nicht. Ich persönlich gehe von der Zerstörung aus. Ähm, einige Quellen, die ich jetzt gesehen habe, gehen von der Zerstörung aus, aber es ist nicht 100% sicher. Eskerot hat nach Smogsangriff Überlebenden aus Tal Schutz und Obdach geboten, was sehr gut war, weil dadurch hat zum Beispiel die Fürsten hier von dem alten Tal über 170 Jahre überlebt. Da komme ich später nochmal drauf. Naturin und Company kamen in die Stadt versteckt in Fässern, in eigentlich leeren Fässern, 2041 Gottes Zeitalter. Und sie wurden vom Volk sehr gut aufgenommen, weil das Volk eben ein sehr traditionelles Volk ist, nach die alten Lieder geehrt hat, wo es ja auch hieß, dass der König heute den Berg wiederkehrt und dann wieder Gold und Silber in die Stadt einzukalten, beziehungsweise es wird, glaube ich, sogar gesagt, dass vom Erebor halt so ein Goldfluss dann runterfließt. Und auch der damalige Meister hat die Zwerge gefeiert, allerdings natürlich nicht ganz so wie das Volk. Der Meister war ein sehr kluger Mann. Er wollte es sich mit den... zuerst mochte er die Zwerge gar nicht, weil er ja gesehen hat, okay, die kommen aus Fässern vom Waldlandreich. Das Waldlandreich war halt ein wichtiger Handelspartner, wollte er nicht verlieren, hat aber trotzdem so getan, als würde er die Zwerge mögen, weil er gedacht hat, ja gut, das sind nur Stümper, das sind nur Möchtegärne, welche die nur so tun, als ob. Und irgendwann werden die schon ihre Charade beenden müssen und dann zeigen müssen, dass sie nur Betrüger sind. Als er mir gemerkt hat, dass es dem nicht so war, dass die Zwerge wirklich Richtung Erebor zum Drachen wollen, hat er sie ausgestattet, mit Ponys und Proviant. Dann dachte er halt, ja gut, dann sind wir sie los, wir hatten jetzt die ganze Zeit unnötige Kosten. Und dadurch, dass dieses Volk die Zwerge so gefeiert hat, war er auch nicht durch die Produktion in der Zeit. Da lag alles still, so ziemlich. Und ja, wie gesagt, der Meister war ein relativ verschlagener, gieriger Mann auch, was jetzt nicht ungewöhnlich ist für einen Händler. War natürlich ein Händler, aber was in diesem Fall, naja, er vielleicht sich da was überlegen soll, sagen wir es mal so. Thorin und Kompanie haben ja versehentlich den Drachen geweckt, also Bilbo beziehungsweise. Und Bilbo hat ja dem Drachen ein paar Rätsel gesagt, unter anderem mit dem Fassreiter. Das war halt sehr doof, weil dadurch wusste Smaug, dass sie erschützt geworden sind von der Seestadt von Eskerot und hat dann eben die Seestadt angegriffen. Er wollte ihnen beweisen, dass er der einzige wahre König, der in den Berg ist. Der Angriff traf die Stadt nicht komplett unvorbereitet, was sehr gut war. Das lag am Bad, dem da noch nicht Drachentöter, dem letzten Erben eben aus dem Geschlecht von Gyrion, aus dem Geschlecht von Tal, also eben, was ich vorher gemeint habe, aus der Fürstenlinie. Er hatte eben eine Vorahnung, dass das nicht gut ist, was kommen wird. Gerade im Film sieht man das ja sehr schön, wo er ja ganz klar vom Drachen spricht. Im Buch ist es ein bisschen anders. Da ist ein allgemein ein paar Dinge anders. Aber er hatte halt eine Vorahnung, also eine Vorahnung, und dadurch konnte sich die Seestadt vorbereiten. Sie haben die lange Holzbrücke gekappt und Bogenschützer in Stellung gebracht. Bart selber war ja auch ein Bogenschützer. Und trotzdem war der Angriff natürlich fatal, weil, naja, die Stadt besteht aus Holz. Sie ist aus Holz gebaut. Und Smaug als Drache schweigt Feuer. Ist natürlich eine beschissene Kombination. Die meisten Häuser sind in Flammen aufgegangen. Wirklich löschen konnte man sie nicht. Es gab ein paar Löschversuche, aber die waren weitestgehend vergeblich und erfolglos. Und der größte Teil der Bevölkerung konnte glücklicherweise fliehen auf Hauptserie Handelsschiffen Richtung See. Und letztendlich war ja Bart der Einzige, der noch Stellung in der Stadt gehalten hat. Seine Gefährten sind alle geflohen, weil dem Drachen konnte man halt nichts anhaben. Die Pfeile sind halt an ihm abgeprallt. Es wusste ja keiner von der Schwachstelle. Und Bart eben schon durch eine alte Drossel, die ihm gesagt hat, wo die Schwachstelle ist, die damals unerkannt im einsamen Berg war, wo Bilbo mit dem Drachen gesprochen hatte und deswegen auch von der Schwachstelle wusste, weil der Drache sie ja damals in seinem Buch mut gezeigt hat, weil er dachte, er wäre unverwundbar. Und ja, deswegen konnte Bart mit seinem letzten Pfeil, dem schwarzen Pfeil, den Drachen töten. Und der Drachenkörper hat dann den Rest, was von der Seestadt übrig war, zerstört in seinem Fall. Der ist ja vom Himmel gefallen und hat halt dann alles zertrümmert, was nicht nid- und nagelfest war, was noch nicht verbrannt war oder ähnliches. Bart hat es geschafft zu entkommen. Wie genau, wird nicht gesagt. Würde mich interessieren, aber er hat es geschafft zu entkommen und hat dann die nach der zerstörte Stadt im Namen des Meisters unter dem blauen Banner vom See Verhandlungen aufgenommen mit Toren. Da kommt der Meister halt nochmal ins Spiel. Ganz interessant, weil die Menschen der Seestadt waren natürlich verzweifelt, nachdem die Seestadt quasi komplett zerstört war und haben erst ihre Wut am Meister ausgelassen. Und er hat dann ganz geschickt die Wut auf die Zwerge gelenkt. Nach dem Motto, ja, die Zwerge sind doch schuld. Die Zwerge haben ja den Drachen aufgeweckt. Ohne die Zwerge wäre das gar nicht passiert. Und deswegen war dann auch die Situation so ernst, wo dann Bart eben Verhandlungen geführt hat mit Toren, der sich ja dann in Erebor verbarrikadiert hat. Er hat eben gebeten, um einen Teil des Schatzes, einmal eben für die Leute der Seestadt, für die zerstörten Häuser, weil sie ihnen ja geholfen haben und einmal natürlich für sich selber als Erbe des Fürstentums von Thales hat er eben Anrecht auf den Schatz hat, weil ja Thal zu Erebor quasi Nachbar ist. Wie wir wissen, hat Toren abgelehnt, zweimal und wurde deswegen halt auch belagert von einmal eben den Menschen der Seestadt und den Elben aus Düsterwald, eben unter Tranduil, die ja auch dazu kamen, die dann eben Seestadt unterstützt haben mit Nahrung und auch, ich glaube, über Toren ein bisschen. Und dann kam es ja zu Schacht der Fünfere. Toren hat ja über Rabenbooten Dain verständigt und ursprünglich wollten halt die Zwerge gegen die Elben und Menschen kämpfen, haben es aber dann nicht wegen eben dem Überraschungsangriff der Orks und Varge. Und ja, in der Schacht der Fünfere, wie wir wissen, haben die Elbenmenschen und Zwerge gesiegt. Da gibt es übrigens eine Erwähnung von Schwertkämpfern, was die Seestadtsoldaten angeht. Also es gibt zwei Seestadtsoldaten, man weiß, das eine sind eben die Bogenschützen bei Smogs Angriff und in der Schacht der Fünfere wird von Männern mit langen Schwertern gesprochen. Also von Schwertkämpfern wahrscheinlich. Langschwertern oder vielleicht sogar Zweihindern. Und ja, nach der Schlacht der Fünfere wurde die Stadt wieder aufgebaut. Eskerot, größer und schöner als zuvor, prächtiger ebenfalls. Etwas weiter nördlich, also nicht auf dem See, sondern da wirklich landwärts, weil, naja, keiner wollte auf dem ehemaligen Drachenkadaver siegeln und deswegen wurde die Stadt da neu aufgebaut, weil eben Dein im Gegensatz zu Toren ja, da die Schätze rausgegeben hat, ein gerechter Herrscher war, fair aufgeteilt hat und deswegen die Stadt wieder aufgebaut werden konnte. Der Meister übrigens ist, meine ich, geflohen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Er ist geflohen und ist dann in der Wildnis verhungert. Deswegen war dann das Esgeroth nach dem Drachenangriff, was ja auch zu Tal gehört hat, dann zu dem wiederaufgebauten Tal quasi regiert von Königen und nicht mehr vom Meister. Soweit ich weiß, ich kann mich da auch irren. Und da ist ganz interessant, dass zum Beispiel ich glaube Palen, wo er sich mal mit Bilbo getroffen hat, erwähnt hat, dass eben der Meister auch an der Drachenkrankheit gelitten hat. Also in der selben Krankheit, an der auch Toren litt, die man ja im Film sehr schön sieht und auch die im Buch doch herausgestellt wird. Ja, das war's zu Esgeroth, mehr ist es nicht. Ich finde es, wie gesagt, überraschend viel, waren jetzt auch knapp 20 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass es, weil wie gesagt, das ist eigentlich eine kleine Stadt, nicht mal eine wichtige Stadt. Ich meine, nach dem Hobbit kommt die Stadt meines Wissens gar nicht mehr groß vor, Tal schon, aber ich glaube, Esgeroth nicht. Und trotzdem, wie man merkt, hat sie einige Infos, einige Inhalte. Wie gesagt, ich stelle in die Videobeschreibung sowohl eben einen Link zu dem Bild als auch ein kopiertes Zitat bezüglich des Namens, bezüglich des Sindarens. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Da antworte ich natürlich gerne. Wünsche zu Ehe auch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass sich die Ends noch gewünscht wurden, aber ansonsten weiß ich nicht. Ein paar haben wir noch. Wir machen ja immer insgesamt, zumindest für den Anfang neun. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vergessen. Ich habe das Gefühl, teilweise ein bisschen hintereinander geredet zu haben. Aber wenn ich irgendwas vergessen habe, dann könnt ihr es ja auch in den Kommentaren kundtun. Und es wäre schön, wenn ihr später bei den anderen Folgen auch wieder dabei wärt. Wie gesagt, der eine ist der vorstehenden Antagek halt kürzer, aber die anderen drei Folgen gehen normale Länge. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.